Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sonny Sturkow. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Firma Novalia, weshalb ich aus wichtigen Gründen kurz zuvor bei unseren Entwicklern war, um eben die wissenschaftliche Intelligenz innerhalb von 48 Stunden einführen zu können. Ich bin seit über zehn Jahren Unternehmer und Trainer für Führungs- und Verkaufsstrategien, Experte für die Kundengewinnung im Internet, in sozialen Netzwerken. In meinem früheren Geschäft habe ich in den letzten fünf Jahren einen Umsatz von mehr als 14 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Ich bin leidenschaftlich in der Automatisierung, leidenschaftlich im digitalen Marketing und leidenschaftlich darin, Unternehmern mit den Strategien und Werkzeugen von heute zum Erfolg zu verhelfen. Warum haben wir Novalia gegründet? Weil wir eine Feststellung gemacht haben. Wir hassen Akquise. Ich kenne keine Person, die mir sagen kann, Ich liebe Akquise. Das ist wirklich das, was ich mag. Zeit mit dem Versenden von Nachrichten zu verbringen. Da wir nicht gerne akquirieren, haben wir einen Weg gefunden, der eine automatische Akquise-Methode, die unser Geschäft revolutioniert hat. Wenn ich wir sage, meine ich die drei Gründer. Mich selbst, Sonny Stuckop. Dann haben wir Sandra Gulen, die Vizepräsidentin für Marketing und Mitbegründerin ist. Und wir haben unseren Mitbegründer Gartien Labress, der Vizepräsident für Verkauf ist. Und wir drei sitzen alle im selben Boot, alle drei. Wir kennen uns nun schon seit vielen Jahren. Wir haben viel akquiriert, viel Marketing betrieben und sind alle drei auf die gleichen Probleme gestoßen, was Zeit, Geld und Ärger angeht. Und wir wollten im Vergleich dazu eine Lösung finden. Heute gibt es Novalia seit acht Monaten. Wir sind in 65 Ländern entwickelt. Wir haben über 1500 aktive Nutzer. Wir haben einen Support, der mehrsprachig ist. Wir haben elf Vollzeitentwickler bei uns. Wir haben vier, fünf Leute, die mit uns am Marketing arbeiten. Und wir haben bereits unsere Affiliates generiert. Oder besser gesagt, sie haben Provisionen erhalten. Wir haben bereits über 160.000 Euro an Provisionen verschickt, die an unsere Partner ausgezahlt wurden. Da wir, wie Sie später sehen werden, über ein Partnersystem arbeiten, das es uns ermöglicht, Empfehlungen zu nutzen, um die Firma Novalia zu entwickeln. Unsere Mission bei Novalia ist es, Unternehmern auf der ganzen Welt zu helfen, qualifizierte Leads zu generieren, neue Verkaufschancen zu haben. Und das alles ganz einfach. Und wir haben ein Hauptziel. Und dieses Ziel ist es, die weltweite Nummer eins in der Facebook-Akquise zu werden. Ich wiederhole. Ziel ist es, die weltweite Nummer eins in der Kundengewinnung auf Facebook zu werden. Also, was bieten wir Ihnen an? Wir bieten Ihnen an, Ihre Akquise zu automatisieren. Wir schlagen Ihnen vor, keine Zeit mehr mit dem Versenden von Nachrichten, der Suche nach Interessenten, also mit etwas Unnötigem, zu verbringen, sondern stattdessen jeden Tag Nachrichten von Ihren Interessenten zu erhalten, in denen Sie sagen, ja, das interessiert mich, ich möchte mehr darüber erfahren, es kommt darauf an, was es ist, ich möchte teilnehmen. Statt Nachrichten zu senden, werden Sie Zeit damit verbringen, auf Nachrichten von interessierten Personen zu antworten. Um das zu erreichen, haben wir NovaConnect entwickelt. NovaConnect ist ein ultra einfach zu bedienendes Tool. Ein fünfjähriges Kind kann es benutzen. Das erste, was Sie tun müssen, ist, nach Ihren Facebook-Gruppen zu suchen. Mit Novalia werden Sie einen Knopf haben, der es Ihnen ermöglicht und das direkt in Facebook integriert ist. Damit können Sie direkt die gewünschten Facebook-Gruppen abrufen und in Novalia importieren, sodass Sie eine Liste aller Facebook-Gruppen haben, die Sie nutzen und bewerben möchten. Nummer zwei, es wird darum gehen, Ihre Nachrichten mit unserem Algorithmus zu schreiben. Die Idee, wenn Sie so wollen, ist, dass Ihre Nachricht sich in eine Vielzahl von verschiedenen Nachrichten, verschiedenen Varianten verwandeln. Novalia wird mit seinem Algorithmus jedes Mal eine andere Nachricht senden. Ich möchte es Ihnen erklären. Nehmen wir an, ich möchte eine Nachricht senden. Hallo, Vorname. Novalia wird den Vornamen automatisch ersetzen. Wie geht es dir? Ich habe gesehen, dass du Unternehmer bist und wollte dir eine Frage stellen. Wenn Sie ein Mensch sind, werden Sie kopieren und einfügen, kopieren und einfügen, kopieren und einfügen und Sie werden das an alle anderen schicken. Bei Novalia werden Sie mehrmals schreiben. Hallo, Vorname. Hallihallo, Vorname. Hallöchen, Vorname. Hey, Vorname. Danach schreiben Sie mehrmals, wie es Ihnen geht. Wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Hoffentlich geht es dir gut. Und so weiter. Sie werden Ihre Nachricht zerlegen. Und Novalia wird jedes Mal einen Teil der Nachricht auswählen und mit unserem Algorithmus verschiedene Varianten wieder zusammensetzen. Sie werden Dutzende, Hunderte von verschiedenen Nachrichten haben. Das ist ultra leistungsstark. Ich werde Ihnen eine Live-Demonstration vorführen. Sobald Sie Ihre Gruppen ausgewählt und Ihre Nachricht konfiguriert haben, das dauert ein paar Minuten, werde ich Ihnen live demonstrieren, wie Sie auf Facebook automatisch Kunden werben können. Lassen Sie mich einfach ein neues Fenster öffnen. Im Moment befinde ich mich auf Novalia und auf Novalia gehe ich zu Connect. Und in Connect, hier werde ich meine Gruppen haben, die ich bereits integriert habe. Ich nehme die Gruppe hier. Wie Sie sehen, habe ich eine ganze Menge integriert. Also, ich nehme die Gruppe hier, Business Networking. Ich habe meine Nachrichten, die ich erstellt habe. Hier nehme ich meine Nachricht, Entrepreneur Global Question. Es ist nur eine Nachricht, Lambda-Nachricht, die ich zu Testzwecken verschicke. Dann, wie viele Anfragen möchte ich stellen? 5, 10, 25 oder mehr? Welches Intervall möchte ich zwischen zwei Nachrichten haben? 30 Sekunden, eine Minute, drei Minuten mehr. Möchte ich nur Männer, nur Frauen, welche Länder? Und möchte ich mit Schlüsselwörtern genauer zielen? Und dann drücke ich auf Fertig. Novalia abschicken. Und von da an können Sie, während Novalia arbeitet, andere Dinge tun. Sie können Zeit mit Ihrer Familie verbringen, mit Ihren Kindern. Tatsächlich können Sie das Leben wirklich genießen. Anstatt Zeit mit dem Versenden von Nachrichten zu verbringen. Und Novalia macht die Arbeit. Und was macht er da? E. Er eröffnet die Gruppe ganz allein. Dann beginnt er zu schauen, wer meiner Zielgruppe entspricht. Haben wir nur nach Männern, nur nach Frauen gefragt? Haben wir bestimmte Schlüsselwörter angegeben? Dann wählt er eine erste Person aus. Hier hat er also Keta ausgewählt. Er hat Keta ausgewählt. Und in 45 Sekunden wird er Keta eine persönliche Nachricht mit ihrem Vornamen schicken. Dann macht er eine Pause und holt die nächste Person ab. Also Pierre. Er wird eine andere Nachricht von Keta senden, um Pierre zu werben. Das ist sehr mächtig. Warten wir einfach 30 Sekunden, um zu sehen, was passiert. Und Sie werden sehen, dass die Freundschaftsanfrage automatisch ablaufen wird. Ich habe immer noch meine Hände da. Die Freundschaftsanfrage wird automatisch ausgeführt. Die Nachricht wird automatisch gesendet werden. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Sie verbringen. Jeden Tag mit Akquise verbringen. Oder stellen Sie sich sogar die Zeit vor, die Sie nicht mit Akquise verbringen. Weil das größte Problem ist, dass man eben diese Akquise nicht betreibt. Man muss es täglich tun. Es gibt einige, die es tun. Und viel Zeit mit der Akquise verbringen. Es gibt einige, die das nicht tun. Hier gilt, wenn Sie es tun, müssen Sie es nicht mehr tun. Wenn Sie es bisher nicht getan haben, können Sie es jetzt tun. Sie sehen, die Freundschaftsanfrage wurde automatisch gesendet. Und in wenigen Sekunden wird die persönliche Nachricht an Keta gesendet. Die Nachricht an Keta wurde gesendet. Jetzt kann ich weiter warten und nichts tun. Ich muss nicht vor dem Computer sitzen. Und Pierre wird eine andere Nachricht erhalten. Was ich tun werde, ist, dass ich in meinen Messenger gehe. Und in meinem Messenger? Sehen wir, dass meine letzte gesendete Nachricht hier Keta ist. Hallo Keta, ich habe mir die Mühe gemacht, dich als Freund zu fragen, ob ich dir diese Nachricht schicken darf, weil ich gesehen habe, dass du Unternehmer bist. Und ich würde dir gerne eine Frage stellen, wenn du es mir erlaubst. Ist das mächtig, ist es einfach nur total verrückt. Es gibt nichts zu tun. Es wird automatisch mit Novaya gemacht. Das ist Schritt Nummer 1. Und während ich hier mit Ihnen spreche, haben wir unsere nächste Nachricht, die gerade abfliegt. Also lassen wir sie gehen. Es sind noch 10 Sekunden übrig. Wir warten im Messenger und schauen uns den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Nachricht an. Die erste Nachricht ist hier Hallo. Als nächstes habe ich mir die Mühe gemacht. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Die zweite, die gleich kommt. Wir werden sehen, was sie uns sagt. Der zweite kommt. Eins. Hallo Pierre. Sein Vorname ist eingefügt. Ich habe mir die Mühe gemacht, dir zu schreiben. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Die Nachricht ist anders. Jetzt höre ich mit der Akquise auf. Das ist der erste Schritt. Das ist verrückt. Schritt Nummer 2 wird sein, unsere Leute zu kategorisieren. Hier kann ich auf das kleine Plus klicken und einen Tag zuweisen. Hier zum Beispiel kalter Prospekt an Pierre. Und ich kann allen meinen Personen solche Tags zuweisen. Das ermöglicht es mir, sie leicht zu finden. Und es ermöglicht mir auch, dass ich anschließend, sobald sie getaggt sind, in Novaya in mein CRM gehen kann. Und in meinem CRM kann ich ein neues Tag erstellen, wenn ich möchte. In kalte Prospekte kommen. Und ich werde hier alle meine kalte Prospekte finden. Einschließlich Pierre, der hier ist, mit mehreren Schritten und so weiter. Und die Macht ist, dass ich jetzt eine Nachricht an all diese Personen zurückschicken kann, indem ich hier klicke. 40 Personen. Dort lasse ich alle ein bis drei Minuten eine Nachricht senden mit der Nachricht X, die sie senden wollen. Und da, jetzt wird er mir eine Folgenachricht, eine Wiederholungsnachricht, meine Neuheiten, mein neues Angebot an die 40 Personen schicken, die ich ausgewählt habe. Sie können sich also vorstellen, was Sie in der Zeit tun können. Ich weiß nicht, in welchem Geschäft Sie sind. Schreiben Sie mir in den Chat, in welchem Geschäft Sie sind. Stellen Sie mir vor, in welchem Geschäft Sie sind. Sind Sie im Coaching tätig? Sind Sie ein Therapeut? Sind Sie in der VDI-Branche tätig? Wenn ja, was verkaufen Sie als Produktstil? Sind Sie in MLM-Produkten? Freiberufliche Sekretärin? Buchhaltung und Handel, Immobilien und VDI? Vertriebspartner in den Produkten, Geschäftsbringer, MLM, Investition, Coach. Alles, was ich hier sehe. Alles, was Sie gerade gesagt haben? Müssen Sie Akquise betreiben. Sie brauchen es, um Kunden zu akquirieren, müssen Sie jeden Tag Nachrichten verschicken. Sie benötigen jeden Tag, um Ihre Interessenten zu kontaktieren und Ihre Nachfassaktionen durchzuführen. Jeden Tag neue Angebote auf den Markt bringen. Jetzt ist es Ende des Monats. Vielleicht gibt es ein Angebot zum Monatsende. Jetzt ist die Zeit, um nachzufassen. Und Sie machen es einem nach dem anderen. Mit uns drücken Sie einfach auf den Knopf. Personalisieren Sie mit rotierenden Nachrichten. Wenn Sie das getan haben, haben wir zwei weitere Tools, mit denen Sie automatisch zum Geburtstag gratulieren können. Und wir haben ein weiteres Tool, mit dem Sie Ihr Facebook sortieren können. Aber kommen wir stattdessen zum Grund, weshalb Sie heute hier sind, nämlich, dass wir über künstliche Intelligenz sprechen. Kurz bevor wir über künstliche Intelligenz sprechen, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Es sind einige Rückmeldungen, die wir heute von unseren Kunden, von unseren Nutzern erhalten haben. Wir bieten eine hundertprozentig kostenlose Begleitung an. Sobald Sie anfangen, haben Sie eine Stunde Zoom mit unseren Experten. Wir haben derzeit, wie Sie auf Trustpilot sehen können, 4,9 und 520 positive Bewertungen. Wir haben Tonnen, Hunderte von Nachrichten, Meinungen unserer Nutzer. Einfache Bedienung, Top-Trainerin, schnelle Bedienung, Effektivität der Software, sehr einfach zu bedienen, klare Erklärungen, sehr effektive Tools, klare Erklärungen und so weiter. Und es geht weiter und es geht weiter und wir haben Tonnen davon. Für das kommende Jahr wollen wir neue Möglichkeiten starten. Wir wollen Instagram starten. Wir wollen schöne neue Dinge starten, die Sie schon sehr bald sehen werden. Nun die langweiligste Aufgabe, die man im Internet machen kann. In Netzwerken ist es Kommentare zu schreiben. Kommentieren ist super wichtig, denn wenn du kommentierst, erzeugst du Engagement. Also kommen die Leute auf dein Profil zurück. Es zeigt Facebook, dass du aktiv bist. Die Leute schauen sich an, was du machst, kontaktieren dich, schauen sich deine Story an und so weiter und so fort. Kommentieren ist ultra wichtig. Und hier haben wir unsere erste künstliche Intelligenz von Novalia entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, automatisch personalisierte und einnehmende Kommentare zu erstellen. Und jetzt denken Sie vielleicht aber, warte, warte, Sonny, warte, denn... Das kenne ich. Das gibt es schon. Aber es gibt es nicht so wie bei Novalia. Vielleicht haben Sie schon irgendwo gesehen, dass Sie Kommentare generieren können. Bei den anderen funktioniert das so. Bei den anderen müssen Sie auf Facebook nach einem Beitrag suchen. Schritt 1. Schritt 2. Sie müssen auf die Plus-Schaltfläche klicken, um den gesamten Beitrag zu sehen. Schritt 3. Sie müssen den Text auswählen. Schritt 4. Sie müssen den Text kopieren. Schritt 5. Sie müssen die Registerkarte wechseln. Schritt 6. Sie müssen den Text einfügen. Schritt 7. Sie müssen Ihre künstliche Intelligenz anfassen. Schritt 7. Sie müssen den Kommentar generieren. Und jetzt denken Sie, dass es fertig ist, aber es ist nicht fertig. Denn jetzt müssen Sie den Kommentar kopieren. Sie müssen die Registerkarte wechseln, um zu Facebook zu gelangen. Sie müssen den Kommentar einfügen und Sie müssen den Kommentar abschicken. Sie haben 12 Schritte benötigt, um einen automatisierten Kommentar zu generieren und ihn posten zu können. Das ist auf den anderen Plattformen. Und die künstliche Intelligenz soll Ihnen das Leben erleichtern. Sie darf es nicht komplizierter machen. Sie darf nicht von Ihnen verlangen, dass Sie alle Schritte, die ich Ihnen gegeben habe, ausführen. Sonst machen Sie es ganz allein. Es ist das einzige Tool, das durch künstliche Intelligenz angekurbelt wird und hundertprozentig automatisierte Kommentare erzeugt. Es ist das einzige Tool auf dem Markt, das Ihnen das ermöglicht. Unsere Lösung, es gibt keine Fensterwechsel. Es gibt kein Kopieren und Einfügen. Und zwei Klicks genügen. Kein Fensterwechsel, kein Kopieren und Einfügen. Zwei Klicks genügen, um automatisierte Kommentare erstellen zu können. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Wie funktioniert das? Nun, Sie gehen auf Facebook und dann sind Sie auf dem Profil von jemandem. Hier gehe ich zum Beispiel auf das Profil von Sandra, die also unsere Mitbegründerin EVP Marketing ist. Sie sind auf dem Profil von jemandem und hier haben Sie unter den Beiträgen einen Kommentar und Sie haben die Möglichkeit zu wählen, wie Sie ihn kommentieren möchten. Sie klicken einfach hier auf Meinung und wählen die Meinung, die Sie haben möchten. Sie können hier den Schreibstil wählen. Sie können den Ton wählen, den Sie verwenden möchten, die Größe des Kommentars, den Sie möchten, die Sprache, in der er erscheinen soll und Sie können auswählen, ob Sie Emojis haben möchten oder nicht. Wenn Sie auf Play klicken, wird der Beitrag Ihres Interessenten automatisch von einer künstlichen Intelligenz gelesen, einen automatisierten Kommentar auf der Grundlage dessen, was Sie ausgewählt haben, generieren und Ihnen vorschlagen, ob Sie ihn posten sollen oder nicht. Und das nenne ich halbautomatisch. Wir sind noch nicht bei hundertprozentiger Automatisierung. Gleich danach zeige ich Ihnen die hundertprozentige Automatisierung. Also hier wird der Post generiert. Und hier, hallo, nimm ein Beispiel von denen, die erfolgreich sind. Das ist eine großartige Idee. Es gibt online so viele Möglichkeiten, Einkommen zu generieren. Du kannst in die Erstellung von Inhalten, Coaching und Handel einsteigen. Mit Beharrlichkeit kannst du deine finanziellen Ziele erreichen. Ich wünsche dir viel Glück. Das hier ist halbautomatisiert. Das ist hyperleistungsfähig. Jetzt haben wir vollautomatisch. Schauen Sie an, was ich Ihnen hier zeige. Ich bin hier in meinem Newsfeed. Und hier habe ich eine große Schaltfläche, die erscheint. Mit künstlicher Intelligenz kommentieren. Ich klicke darauf. Ich wähle aus, wie viele Kommentare ich abgeben möchte. Ich will zehn machen. Welches Intervall ich in Sekunden zwischen zwei Kommentaren haben möchte. Was will ich hier in Parametern? Und ich klicke auf Link werfen. Und hier kann ich mir nun einen Kaffee einschenken lassen. Wie vorhin kann ich die Zeit mit anderen Dingen verbringen. Und hier sehen Sie, dass die KI eine erste Stelle gefunden hat. Die erste Stelle von Delfin. Und sie hat die Stelle erkannt. Sie liest die Stelle und ist dabei, einen automatisierten Kommentar zu generieren. Sie wird dann den Kommentar posten. Und sie wird dann zur zweiten Person wechseln und 30 Sekunden, 30, 40, 5, 60 Sekunden zwischen zwei Kommentaren warten. Warten wir also ein wenig. Sie ist gerade dabei, den Kommentar zu generieren. Und so werden jetzt 30 Sekunden vergehen. Und dann wird ein Beitrag generiert, ein Kommentar hier für Veronique Philipp. Hier ein Kommentar, der generiert werden wird. Also halte ich es für den Moment an. Denn wie ich Ihnen bereits sagte, befinden wir uns in der Startphase. Und so sind wir gerade dabei, kleine Dinge am System zu ändern. Es ist ultra leistungsstark. Es gibt nichts zu tun. Sie drücken auf eine Schaltfläche und der Kommentar wird automatisch generiert. Sie können also Ihre Akquise automatisch starten. Sie können Ihre Kommentare automatisch starten. Sie können Ihre Geburtstagswünsche automatisch starten. Das ist einmalig. Es ist die erste Plattform, die das ermöglicht. Was die Preise angeht für Personen, die... Also das ist im Moment nur auf Facebook. Ich werde alle Fragen danach beantworten. Das ist im Moment nur auf Facebook. Danach werden wir auf die anderen Plattformen wechseln. Facebook, weil es die größte Plattform ist. Heute, ich meine, jeder ist auf Facebook. Das sind drei Milliarden monatlich aktive Nutzer. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Drei Milliarden monatlich aktive Nutzer. Vor Instagram, vor LinkedIn, vor Twitter. Naja, X vor allem, was Sie wollen. Also haben wir jetzt Angebote gemacht, die alle Tools zusammen beinhalten. Alle Tools, die ich Ihnen gerade hier gezeigt habe, können Sie sie für nur zu einem Preis von 47 Euro pro Monat ohne Vertragsbindung haben. Der Connect, der Geburtstagswunsch, den wir Birthday nennen, das CRM mit den Tags und den automatisierten Mahnungen, das Nova Data, ich habe es Ihnen nicht gezeigt, und die Kommentare durch künstliche Intelligenz. Alles inklusive. Alles für 47 Euro im Monat. Auch das ist ein Novum. Man könnte pro Werkzeug 47 Euro im Monat berechnen. Wir haben uns dafür entschlossen, für die gesamte Plattform. Wie funktionieren die Tarife? Die Tarife. Sie haben drei Pläne zur Verfügung. Sie haben den Starter in monatlicher Form für 47 Euro pro Monat. Sie haben den Pro für 87 Euro pro Monat. Und den Unlimited für 147 Euro pro Monat. Ich werde gleich erklären, was darin enthalten ist. Dann haben Sie die Jahrespläne. Bei unseren Jahresplänen sparen Sie eine Augenblicksermäßigung. Also 394 für das Jahr ins Starter, in Pro 734 und in Unlimited 1234. 30% Sofortrabatt. Was haben Sie da drin? Nun, je nachdem, wie Ihr Plan aussieht, bekommen Sie mehr Connect, mehr künstliche Intelligenz, mehr von allem. Das können Sie auf unserer Website finden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Unterschiede zeigen. Wenn Sie sich auf dem Starter befinden, hier. In Connect, dem ersten Tool, das ich Ihnen gezeigt habe, haben Sie 20 Verbindungen pro Tag, 20 Leads pro Tag, in Pro 50 und in Unlimited unbegrenzt. Starter drei Tags, 10 in Pro und unbegrenzt. In Starter hier haben Sie 10 Stufen, in Pro 50 und unbegrenzt. Das Versenden von CRM-Nachrichten, 20, 50 unbegrenzt. Und Kommentare mit künstlicher Intelligenz, 5 pro Tag, 20 pro Tag, 50 pro Tag. Was wir wollen, ist nicht, dass Sie den teuersten Plan nehmen. Was wir wollen, ist, dass Sie den Plan nehmen, der am besten zu Ihnen passt. Den Plan, mit dem Sie sich wohlfühlen. Wir wollen, dass Sie alle unsere Werkzeuge nutzen können. Zu einem Preis, unschlagbaren Preis anbieten können. Allerdings haben wir ein Sonderangebot, da wir es erst gestern eingeführt haben. Wir haben ein Sonderangebot bis zum Trend in Januar gemacht. Der 30. Januar ist in zwei Tagen. Diese Pläne sind ganz neu. Wir haben sie gerade erst eingeführt. Wir wollen also jedem die Chance geben, unbegrenzte Surfen zu einem unschlagbaren Preis zu genießen. Sie können bis zum 31. Januar Ihren Tarif blockieren, Ihren Preis lebenslang blockieren. Für 97 Euro pro Monat statt 147 Euro pro Monat, was einem lebenslangen Rabatt von 50 Euro pro Monat entspricht. Der Preis, er ist gesperrt. Und Sie haben alles unbegrenzt, alles, was Sie gesehen haben. Oder Sie können es jährlich nehmen, dann gibt es einen noch größeren Rabatt, der 49% beträgt. Und da haben Sie für 867 Euro für das ganze Jahr, der Tarif ist gesperrt. Statt 1264 Euro sparen Sie 867 Euro. Das ist bis zum 31. Januar. Sie wollen es? Wenden Sie sich an die Person, die Sie eingeladen hat. Fragen Sie sie, wie Sie beginnen können. Ihnen wird ein Link gegeben. Sie wählen den Plan, der zu Ihnen passt. 47, 87 oder 97. Mit dem geblockten, lebenslangen Tarif für unbegrenzte Nutzung. Oder den Jahresplan auf 867. Wie ich schon sagte, möchte ich wirklich, dass Sie das nehmen, was zu Ihrem Geschäft passt. Denken Sie aber daran, dass sich Ihr Geschäft mit der Zeit weiterentwickeln wird und dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt unbegrenztes Geld benötigen. Außer in dem Moment, in dem Sie es brauchen. Vielleicht. Das heißt, es ist sicherlich, es ist sogar sicher, dass es dieses Angebot nicht mehr geben wird. Nutzen Sie es also jetzt schon. Kehren Sie zu der Person zurück, die Sie eingeladen hat, um ab sofort mit diesem unbegrenzten Angebot starten zu können. Sobald Sie beginnen, haben Sie zusätzlich einen Termin von einer Stunde. Ich habe Ihnen vorhin einen einstündigen Termin mit einem unserer Experten gezeigt, um Ihre Plattform einzurichten. Nehmen Sie diesen Termin wahr und richten Sie die Plattform ein. Das ist kostenlos. Und von da an haben Sie ein Ergebnis, das sofort eintritt.